sehnen Raucherzonen gestattet. Bitte seien Sie vorsichtig beim Öffnen der Gepäckfächer. Während des Fluges können Gepäckstücke verrutschen, beim Aufmachen eventuell herausfallen und Sie oder einen anderen Passagier verletzen. Bitte überprüfen Sie außerdem die Sitztasche vor Ihnen und vergewissern Sie sich, dass Sie keine persönlichen Gegenstände vergessen haben. Im Namen von Oman Air bedanken wir uns, dass Sie heute mit uns geflogen sind und hoffen, dass Sie einen angenehmen Flug hatten. Es war uns eine Freude, Ihnen zu Diensten sein zu dürfen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Ihrem Zielort und freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Danke und auf Wiedersehen. Vielen Dank.